Ich war so verloren wie Cosmo auf einer Tagung von Intelligenz-Bestien. Die Tagung war so geheim, ich konnte den Tagungsort nicht finden. Ach, ist doch Blödsinn! Genaaauuuu. Ja also, Jacko, nehmen wir jetzt noch was auf. Ich weiß nicht, ich hab keine Ahnung. Ja, was wäre denn? Genaaau. Oh Mann, Peter, ich muss dir voll das heftige Geheimnis erzählen. Das war alles nur jetzt, Rob. Ach, denkst du das? Das Training ist ziemlich rigorös. Es ist okay, wenn du nicht Capable bist. Capable ist mein mittel Name. Ich dachte, dein mittel Name wäre The. Die Megasauce, Jacko Bell und Peter Melges Apfel. Woah, warte mal. Du hast mit zweitem Namen Melges? Ich dachte, dein zweitem Namen wäre der. Den gleichen Schicksalsschlag erlebt haben muss, um weiterzukommen? Ich demonstriere. Mein Name ist Marcel, ich bin 17 Jahre alt und lauf sinnlos im Kreis rum. Meine Schwester ist vor genau zwei Wochen gestorben. Einige Zeit später kam sie wieder und lebte. Und dann ist sie gestorben. Aber in Wirklichkeit war sie tot. Sie ist tot. Ach ja, außerdem habe ich Krebs. Im Alter von vier stand meine Oma, die gleichzeitig meine Schwester war. Ein Krebs. Einige Zeit später kam sie wieder und sie lebte. Und dann ist sie gestorben. Das werden sie nach der Werbung sehen. Oh je. Das werden sie nach der Werbung sehen. Oh je. Oh je. Friends keep telling you, suicide is not an option. They are right. Because it's a goddamn solution. Es ist mir eine Ehre sie zu bedienen. Kann ich noch etwas Salz haben? Salz ist ausgegangen. Könnte ich sie nachsehen? Nö. Bin ich sie? Warte. Nein. Könnte ich sie anders überlegen? Nö. Zeigen wir diesem Schnösel, Thaddeus, wer hier der Chef ist. Dafür hast du dich geschunden, Rocky. Dafür sind wir hier. Auch die Plätze? Der letzte Kandidat ist sehr mysteriös. Sein Name ist Rocky. Also Herr Rocky, was haben sie für uns vorbereitet? Boi! Boi! Du bist neuerdings das Orakel und kannst jetzt Gottes Pläne einsehen, hä? Actually, back to me. Kamis Plan. Auf dem Weg, um Timmis Eigentum zu suchen. Den kostbaren Morgenkelch. Was ist dein Kelch? Und jetzt holen wir uns den Kelch. Haha, allein der Troll hatte ihn nicht. Was, kein Kelch? Ich bin dem Troll umsonst in die Nase gekrochen. Was ist dein Kelch? Warte. Hä, was? Wieso? Wieso bringen sie mir das? Kein Plan, ist vom Studio. Was ist dein Studio? Was ist dein Studio? Oder stell dir vor, du heisst Gilbert. Hehehe. 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 You don't know the way. Do you know the way? Do you know the way? Why do we... white and Williams Protector of white nation. Gulyuketecri. Erzähl uns etwas über dich. Ich bin eine Prinz von der Stein der Stolz. Ich bin gekommen lange weg, um zu vertreten meine Löwenstamm. Omae wa mou shindeiru. NANI?! NANI?! NANI?!